Hier sehen wir die große Spa-Send. Für zwei Personen kann man sich mit Essen bebrinken, mit allem Gründer. Das kostet ca. 498 Euro. Hat mehr alles davon. Super schön angekündigt. Hier kann man zusammen eine Massage. Ein bisschen was zu essen. Auf dem Surfer und Turbo aus dem Widgets. Saum hat man mit der Breitbusche. Und die große Breitpulver. Braumhaft schon.